Prinzessin Luise Margarete Alexandra Victoria Agnes von Preußen V.A. war eine preußische Prinzessin. Später Mitglied der britischen Königsfamilie durch ihre Heirat mit Prinz Arthur, Duke of Connod and Struttern. Herkunft Prinzessin Luise Margarete wurde im Marmorpalais in Potsdam geboren. Ihr Vater Prinz Friedrich Karl war der Sohn von Karl von Preußen und dessen Frau Marie von Sachsen-Weimar Eisenach. Ihre Mutter war Prinzessin Maria Anna von Anhalt-Dessau, Tochter von Leopold IV. von Anhalt-Dessau. Durch ihren Vater war sie eine Großnichte von Kaiser Wilhelm I. Familie. Am 13. März 1879 heiratete sie Prinz Arthur, Duke of Connod and Struttern in der St. George's Chapel in Windsor-Kassel. Ihr Mann war ein Sohn von Königin Viktoria und deren Mann Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Nach ihrer Hochzeit trug sie den Titel einer königlichen Hoheit sowie der Duchesse auf Connod. Von 1911 bis 1916 war ihr Mann Generalgouverneur von Kanada. Aus der gemeinsamen Verbindung gingen drei Kinder hervor. Margaret Lemniskarte 1905 Gustav VI. Adolf König von Schweden. Arthur Lemniskarte 1913 Prinzessin Alexandra. Duchess of Five. Patricia Lemniskarte 1919 Admiral Sir Alexander Ramsey. Tod. Die Duchess starb im Alter von nur 56 Jahren an den Folgen einer Grippeinfektion in Clarence House. Sie wurde im königlichen Mausoleum in Frogmore, Windsor beigesetzt. Ihr Mann überlebte sie um 25 Jahre.